Schlaue Autos Wach auf, Buh! Guten Morgen! Was haben wir denn hier? Eine Staffelei. Die benutzt man zum Malen. Buh geht Farben holen. Das sind Farbdosen. Buh, fahr zum Steg. Wir laden die Farben in deinen Kasten. Dankeschön, Boot. Das ist Max. Und was ist in seinem Schrank? Eine Farbenmischpalette. Die kleinen Vertiefungen werden mit Farbe gefüllt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist Mimi. Sie sucht nach den restlichen Sachen, die man zu malen braucht. Stift. Ein Glas mit Wasser. Papier. Frau, lie, lie 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 Was sehen wir auf dem Bild? Eine Staffelei, die im Gras steht. Jetzt können die schlauen Autos malen. Was brauchen sie alles? Pinsel. Farben. Mischpalette. Ein Glas mit Wasser. Staffelei. Stifte. Die Farben sind an ihrem Platz. Die Mischpalette auch. Mimi hat ein Glas mit Wasser, Papier und einen Stift gebracht. Jetzt können wir was zeichnen. Das ist Buhs Haus. Und jetzt kommen die Farben auf die Mischpalette. Blau. Blau. Rot. Grün. Gelb. Oros. Lila. Schwarz. Schwarz. Wir nehmen den Pinsel. und malen das Bild an. Die Sonne machen wir gelb. Und das Gras wird grün. Das Bild ist schön geworden. Gut gemacht, schlaue Autos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schlaue Autos